Hi Leute, Willkommen zurück im Wald mit Anne und mit Rob. Hallo! Jetzt gehen wir zum Schlachtfest darüber. Die Leute verjagen, wir wollen wissen, was das ist da. Steinhaufen, irgendwas. Unsere Insel. Und der Rob, geht mal vor. Ja genau. Doch. Ich bin im Hosen scheiße. Okay. Rob, du stehst noch hier. Geh. Ja, der, der macht äh... Achso, der tut's vorbereiten. Wie zieh ich denn, wie zieh ich denn eigentlich mit dem Pfeil? Keine Ahnung, der musste für dich den besten Schuss finden irgendwie. Die haben uns gesehen. Oh. Wir sind aufgeflogen. Oh, das ist Philippa Eilhardt. Rob, komm, wir gehen. Die Anne macht das schon. Oh, das sind nackte. Die sind Brüste. Das sind Nippel. Ich hoffe... Oh, Nippel, Sir. Wollt eigentlich mal schießen? Was ist denn das denn? Der stand direkt vor dir. Schau noch einen. Was? Ey geil, ich hab mit dem Bogen geschossen. Habt ihr das gesehen? Das war absolut... Mal wieder. Ich weiß nicht, darf man Nippel auf YouTube zeigen? Nippel? Ne. Wir haben Nippelblitzer. Ich hab ja überlegt, was wir live... Ganz draußen Nippelblitzer, weißt? Ach, hier ist ne Höhle. Die können wir eigentlich gleich mal markieren. Wir könnten erstmal das gute Essen mitnehmen. Ja. Das haben wir auch nicht wie dran an den Frauen hier. Die sind... Das sind kleine Hungerhaken. Nicht so wie wir. Wo sind denn die? Markiert Dinger. Ja. Schlachtfest. Also... Schlachtfest. Wir haben das nicht vertragt. Ja, ehrlich. Ähm. Das ist natürlich die Folge. Müssten wir eigentlich ab 18 Kennzeichen, aber ihr seid alt genug, um das selber zu wissen. Was ihr anschaut und was nicht. Oh, hier hat schon jemand gut gearbeitet, da ist schon... Ja, ich hab da schon ein bisschen zerflügt. Wo kann ich denn markieren? Wo ist denn das scheiß Ding? Ich glaube bei Custom... Custom Buildings... bei dem Custom-Zeug. Buildings. Ja. Kann man sein Katana auch irgendwie schärfen? Wie heißt es? Ja, also jetzt kommen wir nochmal dazu. In der letzten... Ja. Gut. Dann haben wir natürlich episch... Also das war wirklich, äh, architektonische Meisterleistung. Haben wir hier im absolut geilen Team-Play uns ne kleine Base, wo der Beat bounced aufgebaut. Beat bounced. Ich mach mal blau die Hüllen. Ja. Jetzt sind wir natürlich jetzt hier noch. Ihr seht hier noch Baumstämme. Wir haben hier ger... Ja, man muss dazu sagen, es ist ja auch noch... Müsst ihr mit? Anna hast du eigentlich einen Lock-Holder gebaut? Ja. Ich hab noch keine Stöcke. Nein. Ich hab, ich hab, ich hab schon. Endlich wieder was zu essen. Ja, lang geht's. Anna, wenn du deine Let's Plays aufnimmst, bist du da klein paar Stunden? Ich... Ja, ne. Ich hab... Mach immer... Ich glaub... Meistens nur zwei Stunden und dann schneide ich die oder ich... Schneide ich... Also mach dann immer auf F12. Aber ich sag immer, wer gut aufnimmt, braucht nicht viel schneiden. Richtig. Ja, das... Ja. Meine Devise. Du musst halt immer gucken. Wenn du dann... Zum Beispiel viel erzählst. Wen hast du denn da? Rechts neben dem Haus. Wen hast du denn da, Big? Wen hast du denn da auf den Schultern, Big? Wieso geht denn die scheiß Feuerstellen? Kann man damit machen? Die steht einfach nur heißlich in der Gegend. Ich glaub, da kannst du... Musst du noch ein Dings reinbauen, oder? Was? 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 Falsch. 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 Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Die Saare sings. The things we lost. Sehr schön war's. The things we lost in the fire. Was? Wo hab ich denn das jetzt hingebaut? Ich glaub, das ist eher so ein Dekofeuer, oder? Oben drauf hast du's gebaut. Komm, du kannst ruhig weiter singen. Kann ich weiter singen? Aber ich glaub, du kannst da oben nichts draufhauen. So, Anne, du könntest sogar so... vielleicht sogar noch so'n Loch... Verstehen? Ja. Da. Ich baust gleich daneben, ne? Ähm, bei dem Wasser-Ding ist nichts drin. Da muss es erst regnen. Schwachs. Scheiß. Ist voll unlogisch, dass es erst regnen muss. Ja. Scheiß. Total unrealistisch. Ich habe natürlich einen Topf... Ich auch. Ich brauch' bald was zu trinken. Ich auch. Ich hab' ganzen Schragen voll. Ich brauch' nicht bald was zu trinken. Warum heißt das jetzt für mich... Perfekt? Was machst du jetzt da oben? Ach, da unten. So, die Feuerstelle ist ein bisschen missraten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na ja, aber... Der Wille zählt, oder? Genau. Das ist aber arschlich die tonische Meisterweisung. Na auch mal. Ihm, dann sieht ruhig... Der Brauch ich sowas gar nicht, ne? Der Brauch ich sowas gar nicht, ne? So ein sinnloses Stück. Wir bauen's halt. Man sieht ruhig die Adern, wenn du die Arme aufhängst. Geil. Männlich. Oh. Äh. Hast du wieder Besuch? Ja, Essen. Ich komm' zu nix hier. Ich werd' jedes Mal... Wie Fans. Weißt du, wie so... Der Rocker. Warum gehst du aus der Tür raus? Deine Groupies. Geil, lass doch ab, Alter. Du kannst gar nicht mehr richtig arbeiten, ne? Guck mal, ne? Der Torso liegt oben drauf. Nein, ich wollt's doch nicht essen. Ach, Mann. Guck mal, oben auf dem Kamin liegt ein Torso. Wie bei den Schiffen immer vorne. Leute. Wo bist du denn? Kannst du dich daran erinnern, wo wir am Anfang... Was? Red weiter? Red weiter? Dort rennen ungefähr jetzt vier Kannibalen rum. Wo? Am Schiff, oder was? Ne, wo wir gerade am Anfang die gekillt haben, dort an dem... Na, da muss in der Höhle irgendwas... ...sonderes sein. Ja. Ich hoffe nicht irgendein Mutant, oder was ihr... Ja, gut, die kommen ja nicht aus der Höhle, glaub ich. Ne? Aber schön, wie ihr hier die Armen und alles aufgehangen habt. Ja, ne? Das war... Das war die Anne, die... Die Anne tut grad Wösch auf. Wösch aufhängt. Wösch aufhängt. Sieht doch bei uns im Keller immer so aus. Ja, an der Orde. Was habt ihr für Keller? Da hängen überall auf und so. Ja, wie bei Saw. Ah, ich muss mal wieder Dead by Daylight spielen. Die haben ja jetzt ein Chicksackkeller dort. Geil. Mal ausprobieren. Zack, zack, zack. Ja, wir werden dann wahrscheinlich auch demnächst mal an und... ...player an uns Battlegrounds versuchen. Aber bei dem Spiel hab ich das Problem, dass da ähm... ...meine Aufnahme ruckelt da immer extrem. Ach so, ne dann nicht. Also du kannst es ja mal probieren, aber irgendwie schaff das, äh, will das nicht so. Bitrate ein bisschen runter, Anne. Ja? Ja. Na gut, das ist halt ein anderes Spiel als der Forest, ne? Da kann ich... Hier kannst du voll auftreten, das ist jetzt kein... Ja. Also wie gesagt, ich muss dann hier nach der Session erst... Ja. Mach das Rob. Was musst du, Rob? Wenn das natürlich nichts geworden ist, dann fangen wir nochmal an. Was muss er denn machen, Anna? Ich hab kein... Ne, ich hab's auch nicht verstanden. Ich dachte, das war dann bei mir auch nicht weg. Ich hab gesagt, ich muss nach der Fol- Hahahaha. Rob, willst du uns eigentlich verarschen? Hahahaha. 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 Ja, ich werd es hochladen, egal wie es ruckelt. Ach so, na ich glaub nicht, dass es ruckelt. Scheissiger, Alter. Ne, da hätt's im Spiel auch geruckelt, oder? Richtig. Richtig. Ich hab ja extrem flüssig ges... Hahahaha. Nur gesprochen hast du nicht so. Hahahaha. Nur gesprochen, nicht so. Ich hab mal abgehakt, also... ...sache für die Audio-Probleme. Oder der Rob hat einen Filter drauf. Jedes Mal, wenn der anstößig ist, wird er ausgeblendet. Na, das kann natürlich auch sein. Was der Rob immer erzählt, wenn er sich ausblendet. Ich erzähl zu viel. OBS kommt nicht vor. Es wird Nacht, Senorita. Was? Und ich hab noch kein Quartier. Was? Warum? Was? Was haben wir denn eigentlich angefangen? Schnell zu dir mit ins Bettchen. Ich will gar nichts von dir. Was? Nein! Ja, geistig. Stigli Stig. Pro Gamer auf neuen Level. So, haut rein. Wie geht denn das? Mit C. C, big Pro Gamer auf neuen Level. C wie ähm... Wie Vitamin C. Wie Vitamin C. Ja. Ich find's geil, dass ich jetzt am Anfang der Folge auch mal den Bogen... Du darfst aber den Bogen nicht überspannen. Nee, ist der Bogen gerissen dann. Wo wir wieder beim Reißen wären. Und hier können wir jetzt normales Essen auch reinstecken. Ja. Willst du das da oben eigentlich noch weg machen? Also kann ich das da oben abreißen? Was ist denn bei euch normales Essen? So ein Bein. Okay. So, wenn ich mir das jetzt hier runternehme... Und jetzt hier... Okay, ich hab sogar zwei Beine. Leute, gibt's gleich Essen. Rob hat gekocht. Nee, ich koch. Jetzt geht's los. Haut euch einen Wanst voll, meine Kleinen. Den Baum, wo ich jetzt... den ich jetzt markiere, bitte nicht... Ja. Machen das ich Hunde? Die markieren doch immer. Also das wird Bigs Pinkelbaum, damit er nicht abreißt. Sein eigenes Clou. Oh, guck mal, es sieht aber schön aus, wie schon die... Ja, es ist ein bisschen heimisch. Parallel. Wir müssen noch ein Bäumchen... also hier so noch Dings drum ziehen. So, Anne, gönn dir. Was hast denn du wieder gekocht? Ja, ist noch ein bisschen schlecht. Ach, also ich ess nichts mehr, wenn noch abkocht. Deins müsste auch noch bisschen sein. Deins müsste auch noch bisschen sein. So, ich werd hier mal ein bisschen was nachlegen. Wollen wir, wollen wir ähm schlafen? Da. Jungs? Kommt ihr? Ja, auch gerne. Was? Gerne, dann fragst du noch. Die Anne ist drauf, also. Oder drunter, je nachdem, wenn ich so... Ja, wir haben ja schon festgestellt, auch Rob mags nicht so hart. Ich mags nicht so hart, ne. Ich bin eher so softy. So Blümchen, weißt du? Weg. Schlafen. Was wollten wir? Schlafen. Warte. Bring deinen Knüppel mit. Ich komm' klein nackig rein gerannt, ja. Ah, was soll ich sehen? Mit Anlauf. Ja. Okay, alle Z gedrückt halten, ne? Du hast ja ne Maske schon wieder verloren. Aber eigentlich könnte das Spiel auch DayZ heißen, weil wenn du Z gedrückt hältst, wird's wieder Tag. Ja. Ich hab direkt mal gespeichert. Ja. Und ich brauch was zu süffeln. Ja, ich hab auch total knast jetzt, ne. Klatscht mir die Tür an den Kopf, ehrlich. Oh, was? Oh, ich komm nicht mehr, jetzt. Entschuldigung. Ich stand noch weg. Ich hatte grad Angst. Wie, was ist mit dem? Ich hab Hunger und Durst. So, das war mein letzter Snack, wir müssen bei... ... was raus. Suna? Aber die Zeit vergeht bei dem Spiel, oder? Ja. Ja, definitiv. Es gibt da Spiele, die ich rausnehme, da schau ich... Drei Stunden. Drei Stunden jetzt am Stück schon. Alter. Wer... Vic, wir haben hier schon noch Bäume im Lockholder. Man kann nie genug Bäume auf Lager haben. Hier, hat jemand Hunger? Aufhalten. Hälft mir mal bei meinem Baumhaus, bitte. Nö. Oh, komm bitte. Ja, ich komm ja. Müssten auch noch ne Panissade bauen, oder so. Hast du eigentlich eingestellt, dass die Bäume nachwachsen, Vic? Keine Ahnung. Ich glaub, die wachsen nach, ja. Ich hab nix eingestellt. Habe ich vergessen. Sorry. Kann man das im Nachhinein noch ausschalten? Also ich hab's im Nachhinein... Ja, ich glaub, das kannst du schon einschalten. Reicht da, oder Vic? Oder brauchen wir noch mehr? Brauchen wir noch ein paar? Ich... Äh... Insgesamt brauchen wir noch ein paar, ja. Ah! Was war denn das? Wart ihr das? 12 von 29 war... Der Troje, der macht immer so ne Geräusche. Ich brenne! Ist der jetzt hier in der Aufnahme, oder was? Ach so. Troje, komm mal fix in den Discord. Ins Feuer reingerannt. Der hat gestern Abend wieder ein paar Geräusche von sich... Was hat'n der da immer mittendrin? Hat er wirklich seine Krankheit? Multi... Multi... Multiple... Nee, nee. Torett. Ja, Torett. Tix hat er. Oh, der hat vor Tixl. Der haut doch mal ein Baum. Achtung, Rob! Achtung, Rob! Achtung, Rob! Was ist'n? Baum! Nein! Ah! Was ist'n? Was ist'n? Aber wir haben ja auch zwischendrin geschnetzeltes. Der Mordversuch. Der Mordversuch. Der Mordversuch. Der Mordversuch. Der Mordversuch. Der Mordversuch. Ja. So, was ist eigentlich Ziel von unserem The Forest Let's Play? Möglichst cool, ne? Da stehen, da stehen, oder? Ja, so als Pro-Gamer auf neuen Level. Ja, ne? Ich kann mal nicht fangen. Eigentlich wollen wir allen mit dem Let's Play allen mal zeigen... ...dass wir's können. Richtig, dass wir halt nicht nur an der Konsol das... ...c. ...absolut, mit uns ist zu rechnen. Überall. Überall, so. Kann ich noch was rein? Hat noch jemand? Oh, hier war das schon. Der nächste. Wie viele brauchen wir noch? Noch drei? Noch drei? Noch drei. Noch drei. Ich hab zwei. Ich hab einen. Wir brauchen noch drei. Ich hab einen. Jetzt kommt der... Jetzt kommt ein Gaskranker rein. Äh... Das klingt aber wie ein Mutant, oder? Ey! Mein Baum da her! Nee. Echt denn das ganz normale eingeborene? Wir brauchen noch Stöcke. Was... Warum geht denn das jetzt nicht? Wir brauchen Stöcke. Das hat mir aber keiner gesagt. Davon stand nichts in der Stellenausschreibung. Richtig. So. Erstmal das Kantana ausrüsten. Kantana? Kantana. Du musst ja Panisch reden, Rock. Kantana. Aja. 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 Egal. Aja. Weir müssen mal so ein Insider sondern wie wir komplett nur Dialekt reden, aber so richtig grad. Das wär immer geil. Ich hab ja schon mal das... das den Beweis gebracht, ne? So... Das mal ein... einletletzplay komplett... komplett die Stimmung ändern kann, sobald man Dialekt spricht. Tja. ICH W steam. Da muss ich aber sagen, so sehr rede ich da gar nicht Dialekt, also... Wenn bei Dani, bei Dani geht es halt. Super hochdeutsch, super hochdeutsch. Ein Stick noch, Leute. Die Dresdner sind da ja ganz schlimm. Na, ich würde sagen, eher die Leipziger, die Leipziger. Ne? Leipzig-Kämnis, das ist ganz schlimm Dresdner. Ganz schlimm ist das Erzgebirge. Oh ja, die haben ja einen eigenen Dialekt. Die singen ja. Ja. Die singen ja. So, geil! Echt Pro-Gaming hier. Haben wir auch noch einen Ausguck? Können wir da vielleicht auch noch Plattformen zu anderen... Ja. Sicher, sicher. Du kannst so Hängebrücken bauen, ja. Oh, wie geil, Alter. Ja, geh mal alles machen. So, Big, komm mal hoch. Schau einfach mal in dein Ba... in dein Baubuch. Dein Baubuch. Mach dich mir auch noch mit hoch. Alter, ist das krass. Und hier kannst du runterpinkeln am Baumstamm, siehst du? Das stört auch niemanden. Du kannst einfach laufen lassen. Ist das jetzt unser Klo? Unser Klo bauen? Was? Unser Plumpsklo. Anne, was ist denn mit dir falsch? Die willst du mal rein kacken. Schön. So, bin wieder unten. Sehr geil. Wie bist du runterkommen? Am Seil. An der Hängervorrichtung. So, ich würde sagen, gehen wir mal Essen besuchen. Äh, besuchen. Essen besuchen. Essen besuchen. Essen besuchen, ja? Ja, gehen wir unser Essen besuchen. Den ja wieder dort hinten. So, ich schau mir jetzt erstmal hier noch was rein. Haben wir noch was am Wurstständer? Ja, wir haben noch was am Wurstständer. Ne, da hängt noch was. Es ist schon durch sogar. Es ist jetzt... Oh, Kopf. Mach mal das Hülse. Was? Ehrlich? Also ich glaub... Das müsstest du jetzt gleich essen können, hier die Beine, die hier hängen. Und Arme. Alles? Danke, dass da Essen aufgegangen ist. Bitte schön. Ey! Nein, nein! Es war fertig. Das war schon durch. Ach. Ihr seht, Leute. So, erstmal schönen Fuh. Das ist wie Bolognese. Und wenn wir kleine Teiche finden, Thorsten... Äh, hier. Oh, was? Thorsten, Leute. Oh, was? Das muss ich euch antreten. Alles klar. Peter? Ja, jedenfalls. Da sind kleine Teiche, da sind Fische drin, die... Wer rausholen wird. Geil. Und Wasser schöpfen. Und Wasser schöpfen. Zum Beispiel. Auf... Kommt, wir können jagen. Kommt, ich freue mich. Bis zum Erschöpfen. Wo geh man hin? Ich wundere mich, dass er nicht läuft und drückt die ganze Zeit eh. Oh, ich will noch was essen. So. Da. Scheint mir nicht so zu schmecken. Ja, du bist wehreich. Und Snickers. Habt nicht mehr. Rote... Rote wären nicht gut. Blaue wären gut, Rote wären schlecht. Ja. Bei Blau kannst du gelten, bei Rot musst du stehen oder so. Jetzt glaub ich noch mal Hülle, oder? Oh, hier ein Katamaran. Los! Geil! Geil! Geht am besten mit nem... Dings. Alter. Ich treff den nicht. Ich treff den nicht. Ich schau hier erstmal die Dinger von den Idioten kaputt. Ich glaub, das ist hier so ne Betungs... Anbetungsstelle hier. Ne, das war eine. Ne Heiligtum. Verabschiedet euch schon mal davon. Aber hier gehen wir nicht lang. Wo seid ihr? Wir zerstören grad Heiligtümer. Ja. Ne, auf. Da sind die... Aufhören. Die sind total angepisst und unten ist schon einer auf. Oder ist das Dreh. Die wissen noch nicht, dass wir das sind. No? Kann noch jemand anders gewesen sein. Wieso sollen die da angepisst? Ey, das Reben haben wir da löscht. Ne, ne, ich hab nen Bogen, ich hab nen Bogen. Eine gute Pistole. Nicht schießen! Und da hinten ist ein Kongobale. Hinter euch sind auch ganz viele. Also Rehe. Ja, ich rede von den Kongobalen. Ja! Ey, du Schwein! Du musst mehrmals treffen. Das war ein Kopfschuss. Das Ding hätt instant down gehen müssen. Ein Headshot. Head, genau. Headshot! Headshot, fall ins Knie! Und dort steht's Blut überströmt. Das Schwein, Alter. Das Schwein, Alter. Ne, ist ein Reh. Das Reh, Alter. Das Reh, Alter. Das Reh. Du verdammtes Reh. Da ist es, der Pfeil steckt auch noch drin. Wie viel sind wir eigentlich? Drei. Erst? Was? Achso, Minuten 20 schon wieder. 20. 20. 20. 20. Okay. Reh gegen Rob. Ich hab'n Lorsch. Lass das, lass, Peg, ich hol's mir. Oh, ich hab' vorbei geschlagen. Das ist was zwischen mir und dem Reh. Du hast du persönlich. Er muss es alleine regeln. Er muss es lernen. Wo bist denn du? Ich? Ich häng' hinten. Ich hab' noch'n Lorsch getötet. Da ist es. Kannst du es sehen, Rob? Ja. Ähm. Äh. Der war laut. Jo. Boah, das ist das Reh, was geschrien hat? Ja. Ja, genau. Sieht vielleicht auch daran, dass drüben ein Dorf ist. Da drüben ganz viele Eingebrochene rumschlawenzeln. Oh, das sind das Stöcker. Wo ist denn das Reh hin jetzt? Ich hab's definitiv erwischt. Nicht zu dem Dorf, halt man nicht. Wir wollten eigentlich eine Wasserstelle, oder? Ja. Durch. Dass wir mal ein bisschen Fisch holen können. Und trinken. Also gehen wir wieder runter. Komm Rob. Warte, warte. Durch. Da muss er durch. Da durch. Da muss er durch. Bleib stehen, du Schwein. Du durch. Also mit dem Katana wär das einfacher. Ja, ich hab'n. Nein, der lebt noch. Ey. Was spießt denn du so lange mit dem Lursch? Ich weiß nicht, ich versuch den mit'n Speer zu kriegen. Mit was? Ein Speer. Ich versuch ihn mit meinem Speer zu kriegen. Ja, die Speer. Ey. Das Schwein will mich ärgern. Das ist ein Lursch. Oh. Äh, Leute? Ja. Es regnet. Komm zu uns. Natürlich haben die jetzt nen Vorteil, wenn sie von oben kommen. Leute? Ja, dann komm doch zurück. Ich komme. Da wartet der erstmal, bis jemand... Ich bring' Essen mit. Komm. Ich bring' Essen mit. Bist denn du hingelaufen? Alter, da ist er. Du warst ja schon wieder... Hä? Komm, lass' gehen. Ich hab' mich alle verfolgt hier. Ja, da oben ist so eine kleine... Zwei Hütten-Siedlung. Da standen aber mehr wie zwei. Mehrfamilien-Siedlung. Ach so, Mehrfamilienhäuser. Gut. Doppel-Haushälften. Sehr geil, auch geil. Windig wird's grad. Aber das ist gut, da füllen sich unsere Schildkröten auf. Mhm. Und was ist das denn? Es regnet doch. Es regnet doch. Bei mir regnet's. Bei mir auch. Big spielt wie so ein anderes Spiel. Ja. GTA. Ja. Ach, die regnet's nicht. Genau, du machst kaputt und ich heb' deine Stöcke auf. Ach, hier, hier rechts ist das Dorf hier. Guck mal. Ach genau, hier sind wir. So, hier können wir Wasser holen und angeln. Das große Dorf, oder? Ne, das kleine. Seil haben wir genug. Ob's schauen, ob's hier irgendwas gibt? Ne, ne? Hier kann's, das können, das hier können wir sprengen. Komm her. Hat jemand Dünner mit? Äh, ich weiß nicht. Komm mal herab. Okay, Gesundheit hab ich alles voll. Was brauch ich? Dynamit, aber ich hab keins. Ich auch nicht. Warte, ich schau mal. Ich hab ne Flair. Flair, Flair hab ich auch nur. Ich hab noch kein Dynamite. Okay, weil hier unten drunter ist was. Ist nämlich das Symbol. Pistolenteil, ne? Ah. Wann denken euer Wassereimer Töpfe voll zu machen? Ja. Einmal vollen Wasser am Töpfe. Ja, am Tümpel, ne? Ja. Hier ist noch einer. Ich kann Töpfe nur einen nehmen, ne? Ja. Irgendeiner schlägt mich hier immer. Entschuldigung. Das ist zu echt. So, jetzt muss ich hier mal... Oh, Fische, Fische. Ich jagge das mal. Ja, geil. Ja, schau, Fisch. Warte, ich mach mit. Oh, fuck, du darfst nicht reingehen. Ach so, du kannst ja nur vom Rand jagen, oder? Ja, ein Stück kannst schon reinlaufen, aber... Nicht zu weit. Schon mal zwei Fücher jetzt. Drei kannst du, glaube ich, nur nehmen. Oh, der liegt alt. Hey, ich hab einen, geil. Nimm ich den ab? Eh. Okay. Hab ich den jetzt gegessen, ne? Nein, der... Im Inventar dann. So, Topf. Wasser. Das Wasser. Das Wasser müsste aber abkochen, bevor es drückt, ja? Ja. Sonst bringt's ja nix, ne? Blöder Fisch, das kommt... Ey. Das ist jetzt wieder persönlich zwischen mir und dem Fisch. Ja, ich merk das schon, der will uns verraten. Ach, der kann mich mal am Arsch legen. Soll er glücklich werden? Ruhe. Ja. Ich hab... Ähm... Jawohl. Anne, willst du auch noch ein paar Fischchen? Ach, ja, stimmt. Kannst du auch machen. Wo warst du denn? Ich war oben. Ich hab euch zugekuckt. Was? Das haben wir jetzt... Ihr. Du scheiß Rattenfisch. Verständlich. 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 Rattenfisch. Aber die Fische sind nur hier vorne, ne? Ja, damit du rankommst. Es wär blöd, wenn sie die... in die Mitte rein... Oh, hier ist noch mal ein Fisch. Ja. Jetzt... Du blödes... Leckding, alter. Komm her, jetzt. Entschuldigung. Sie ist ja nicht ein Fisch. Ey. Will der mich verarschen? Jetzt. Mann, Mann, Mann. Ich hab mich grad mit Dreck eingeschmiert. Geil. So nennst du das also, wenn du mit uns ein letztes... Ne, schau mal. Ich hab mich dreckig gemacht. Da war ein Dreck am Bogen. Ganz sicher. Kann man die Enten dort eigentlich auch töten? Versuch's mal. Hast du ein Scharfschützengewehr? Ach, Mist. Ein Shashy. Shashy? Meinen Bogen meine ich jetzt zum Beispiel. Ein Shashy oder eine Bowow? Eine Bowow? Eine Bowow? Was? Ja, jetzt wird der Pro-Fischer draus. Ihr könnt aber bloß drei Fische oder vier. Drei hab ich jetzt. Ich nehm hier mal den Stoff noch mit. Sie hat den Stoff. Klingen die Enten war ich auch nicht scharf? Ich hab gar kein... Was für Enten? Ich hab gar kein Geräusch. Wie liegen so Enten... Also hier schwimmen Enten auf dem Teich oder Gänse? Die mach aber mehr. Nö, ich hab... Bei mir sind keine Enten. Könnt ihr euch ja dann in mein... In mein Video machen. Ja. Das sind bestimmt die Krähen, die du meinst. Die Krähen? Die Krähen der Krähen? Ich würde was sagen. Wir machen dann langsam wieder... Boah, ich hab mich auch noch zurück eingeschmiert. Ach, ne. Richtung... Ah, das ist gut. Da sehen dich die Eingeborenen nicht so schnell. Auch nicht, wenn ich hier um die Lichtung laufe, aus der Sicht... Na los, dann gehen wir zu unserer Hütte zurück und dann... Bei einer halben Stunde? Ja. Die Zeit ist schnell um hier an dem Spiel. Zwei Stunden. Also alle zwei Tage kommt ne Folge, habt ihr bestimmt schon... Dann haben wir jetzt ungefähr ne Woche. Genau. Na, wenn ne Woche sieben Tage hat, sieben durch zwei, 3,5... Dreieinhalb Folgen pro Woche, Leute. Die letzte Folge bringen wir Sonntag... Das wird geschnitten. Wenn die ne halbe Stunde geht, bringen wir die 15 vor 12... Sonntagabend. 15 vor 12? Ne, da können die die Anzahl hälfte schon wieder in der neuen Woche schauen. Ne, ich wär ja dafür, dass man die dann... Genau bei 15 Minuten, ich gold, hab grad einer was sagt, schneiden und zwei Tage später... Oh, das ist gemein. Genau. Genau da den Cut und dann zwei Tage später... So ein bisschen im Satz aufgehört. Ja. Ja. Da muss ja der Zuschauer eigentlich die letzte Folge noch mal schauen... Ja. Und... ...war denn der Satz... ...den sie da angefangen hatten. Oh, da hat auch jemand noch nen Lursch geholt. Das ist geil. Ich meine, große YouTuber machen das so, die schneiden an den... Na, oder sie schneiden sich schon mal generell raus, wenn sie grade reden. Ja. Oder die schneiden sich nen Kopf ab. Oder so. Oder zeigen Leichen aufs Handnick. Oder was? Ja. Was für Kleinen nicht dürfen. So. Das machst du schon, aber du wirst damit nicht groß. Nee. Vielleicht mal kurz, aber dann... Okay, erst den Topf jetzt hier aufs Wasser stellen, ne? Na, das macht sie mit dem Wasser. Wenn du Wasser drin hast, aufs Feuer. Was an sein muss. Ja, ich bin dabei. So, jetzt hier, zack, und dann kochen wir uns mal hier ne schöne... So, Janka. Oh, ich hab irgendwie was reingetan. Ich hab glaub ich... Oh. Hallo, Vera, oder so? Ja. Was? Ich wollt das trinken, Anne. Du kannst doch nicht jetzt nen Anholen mehr haben. Nee, da ist ein Fisch drinne jetzt. Drei Mal... Da ist dreimal Fisch drin. Nein, das sind Blümchen, was da drinne ist. Bei mir wird Fisch angezeigt. Na, du kannst nen Fisch rein tun. Ach so. Okay. Aquarium. So, wann ist denn der Topf gut jetzt? Weil der ist schon schwarz. Was? Na, der ist jetzt... Jetzt kannst du ihn runternehmen? Ja. Jetzt kann man runternehmen. Ja. Wo ist er denn? Warum rennst du weg? Komm her rauf. Warte, nimm dich. Ja. So, auf C, ne? Nehm ich den jetzt runter? E. E? Das, was angezeigt wird. E. Besteht bei mir nur C. E. 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 Du musst ein bisschen nach oben schauen. Hier, jetzt E. Jetzt E. Jetzt E. Stand da hier grad E? Jetzt E. Ja, sehr geil. Hier hab ich das getrunken und der Topf liegt schief dort. Nimm weg. Wie denn? Ach, jetzt muss ich wieder nach unten schauen? Okay. Jetzt hab ich den. Ja, das ist... Ich liebe das Spiel. Okay, Leute. Ha? Mach mal einen Cut. Mach mal hier einen Cut. So. Was? Ich häng hier noch Fisch auf. Ich... Speicher nicht vergessen. Ja, richtig? Ah ja, stimmt. Wenn ihr Hunger habt, nehmt euch was von der Wäscheleine, ne? Ja. Ja, 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 ja. So. Nice. Jetzt hab ich mir noch den Fisch rein, dann wird gespeichert. Er speichert. Hab ich den? Wie viel Tage haben wir schon? Tag fünf sind wir schon. Tag fünf sind wir schon. Tag fünf sind wir schon. Läuft ja richtig gut. Ne? Ich hab zwar ein paar Mal zusammengebrochen schon mit Altersschwe... Ne, ich hab gedacht... Also, ich hätt gedacht... Wir hatten bloß vier Nächte bisher. Hätten ihr gedacht, dass wir schon Tag fünf sind. Geil. So, speichern, ne? Jo. Alles klar, ist erledigt. Ja, dann bedanken wir uns bei euch erstmal. Kommentare sind natürlich erwünscht. Positive Kommentare, ne? Ne Kritik könnte auch da sein. Natürlich, auf jeden Fall. Mit Kritik lässt sich arbeiten. Richtig. Aber mit konstruktiver Kritik, ne? Und nicht irgend so'n Hate. Richtig. Von wegen hier... Big ist gar kein Pro-Gamer. Also sowas aktionieren. Sven ist mal die Wahrheit, aber das sagt man ja trotzdem nicht. Das ist ja Anne. So, wer denn Anne? Gerne mal kennenlernen. Unter das Video in die Beschreibung ist der Kanal von der Anne. Das gleiche gilt natürlich für den Pro-Gamer Big Quantum. Also unter dem Video in der Beschreibung auch der Kanal von Big. Da seht ihr die Folgen auch nochmal aus anderer Perspektive, außer aus meiner. Und seht, wie wir das Ganze richtig spielen. Ich bin der Rob. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall für... ...Anne, Big. Ich übergebe euch das Wort. Ja. Danke, Rob. Weiter so. Gerne. Gerne. Wie bei GDR, wo ich so... Ja, das war's. Danke. Ciao. Danke, ciao. Danke, ciao. Na, Leute. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Einen Kommentar. Und bei mir sind die anderen beiden, die aka Anne, und der Rob auch verlinkt. Aber die Leute, die meine Videos gucken, die kennen den sowieso. Und die Anne, die ist wieder hyperaktiv. Kaffee. Erst kackt sie uns den Teppich hier rein, und jetzt spielt sie... Nee, hier hab ich noch nicht reingekappt. Richtig. Okay, Anne. Genau, ich verabschiede mich natürlich auch von euch. Danke für die Aufnahmen in euren Reihen, der Waldbewohner. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Ende Aufnahmesession 1. Tschööö. Ende monde Mickey Mouse. Tschüssi. Tschöööö. Schöööö. Vielen Dank.